Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA und in diesem Video geht es ebenfalls um die UFC 259, aber nicht um Isra Arsanya oder Jan Blachowicz, sondern um den Titelkampf im Bantam-Gewicht und zwar Elgermain Sterling vs. Piotr Jan, wirklich ein Kampf, der eigentlich sehr sehr geil angefangen hat. Also ich hatte wirklich gedacht bzw. dass das einfach der Kampf sein wird, welcher das Main Event in den Schatten stellen wird. Das stand für mich eigentlich schon fest und durch das Skandal, welches da entstanden ist, ist es auch wirklich so passiert. Elgermain Sterling ist der neue Champion in der Bantam-Gewichtsdivision, aber anders als es sich viele Leute vorgestellt haben. Zuerst kann man auf jeden Fall sagen, dass Piotr Jan wirklich alles an Antworten hatte, was es für einen Elgermain Sterling gebraucht hat. Ich glaube, er hat einen Takedown nur gegen Piotr Jan durchbekommen und das von 14 oder 15 oder 16 sogar. Und ja, Jan hat Sterling selbst 3-4 Mal runtergeholt, hat im Stand besser ausgesehen. Ja, Sterling hat natürlich immer wieder mit Volume-Strikes, aber ohne wirklich starken Punches dahinter, Jan getroffen, gute Kicks gelandet, hatte glaube ich sogar 2 Runden oder eine auf jeden Fall gewonnen gehabt. Und ja, es war eigentlich ein Kampf, der nice anzusehen war, aber Sterling war richtig sloppy und in den ersten 2 Runden hat er so viel Energie eingesetzt, dass er letztendlich in der 3.4. einfach nur ein Schatten seines selbst war und wirklich dann einfach komische Bewegungen gemacht hat, keine Kraft mehr, keine Ausdauer hatte und man wirklich dachte, was geht denn jetzt ab so mäßig. Also man war wirklich schockiert. Andererseits war es auch so, dass Jan jetzt auch nicht unbedingt so krass aufgedreht hat und wirklich auch schon ein bisschen aus der Puste aussah, weil er vielleicht mehr gegrappelt hat und das natürlich auch ungewohnt ist. Im letzten Titelkampf von Jan hat er gegen José Aldo viel gestrikt. Jetzt war das sehr, sehr grappling-lastig, also Jan war auch langsamer unterwegs in den späteren Runden. Und ja, wie gesagt, Leute, dann ist irgendwann ein illegales Knie von Piotr Jan gekommen und das an den Kopf von Aljamain Sterling. Aber das Problem war, dass Sterling mit einem Knie auf dem Boden war, seine Hand war ebenfalls auf dem Boden und dann hat Jan ein Knie zum Kopf von Aljamain Sterling direkt gesetzt und das war wirklich ein Schock. Sterling ist direkt nach hinten gefallen, der Referee hat die beiden getrennt und man hat danach von der Corner, von der Ecke von Piotr Jan gehört, dass diese gesagt haben, laut Rabit Magomedov, welcher auf Russisch halt ebenfalls zugehört hat und auch daneben saß, dass sein Trainer bzw. einer davon gesagt hat, kick ihn, kick ihn und so weiter und so fort, obwohl Sterling ganz klar mit dem Knie, mit dem Bein auf dem Boden lag und das ist natürlich sehr, sehr illegal. Sterling konnte sich dann davon nicht erholen, lag auf dem Boden mehrere Minuten und ja, viele haben auf Twitter ebenfalls gesagt, dass Sterling dann total geschauspielert hat und beim Hinsetzen so getan hat, als ob er nicht mehr konnte und so weiter und so fort, weil er wusste, dass Jan letztendlich den Kampf gewinnen würde und ja, also man kann sagen, was man will. Das Knie war total illegal und unnötig und er hat den Sieg, wie gesagt, so mit sich nehmen können. Er hat den Gürtel zwar umgeschnallt bekommen, hat ihn danach aber direkt zu Boden geworfen und der Kampf wird auf jeden Fall wiederholt werden. Und jetzt müsst ihr mir mal unbedingt in die Kommentare schreiben, was sagt ihr? Sollte Sterling, ja sag ich mal, weiterkämpfen oder sollte er den Sieg so nehmen nach diesem illegalen Knie und ja, werdet ihr selber aufgestanden nach so einer Situation und hättet weitergekämpft oder glaubt ihr, ihr hättet auch den Sieg genommen, würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten kann man wie gesagt sagen, dass Sterling halt auch den Sieg genommen hat, weil er wusste, Jan würde ihn besiegen, aber es ist halt legitim. Sehr, sehr umstrittene Sache, richtig schockierend, weil ja, viele hätten in den letzten Runden Jan gewinnen sehen. Eure Meinung in den Kommentaren zählt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, ansonsten bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, euer NoTimeMA.